vor zwei jahren habe ich mir diesen kleinen pflaumenbaum gekauft und habe ihn hier eingepflanzt letztes jahr hat er die blätter verloren weil ameisen ihre blattläuse nach oben getragen haben dieses jahr habe ich leimringe so klebebänder außenrum gemacht das ging ganz gut aber jetzt durch den vielen dreck staub ist die klebeschicht weg die ameisen haben die stellen gefunden wo kein kleber mehr dran ist und transportieren ihre produkte von oben nach unten jede menge marienkäferchen sitzen auf dem baum aber nur ein paar sind aktiv deswegen möchte ich heute mal einen versuch machen diese klebebänder mal entfernen und direkt durch kleber was es ja auch zum kaufen gibt so auf der rückseite machen wir ein bisschen mehr und sollte hier die klebewirkung mal verloren gehen dann wird einfach neu eine neue schicht überstrichen man sieht schon es gibt jetzt schon eine stau wir befinden uns wieder im tomatenhaus vor der kranken ananas tomaten ich habe ja neulich alles gelben oder bräunlichen teile abgeschnitten jetzt ist es aber schon wieder dass die nächsten äste sich verfärben die blüten sind alle verdirrt wie wenn die pflanze kein wasser bekommt noch mehrere abschneiden denke ich macht keinen sinn ich werde die pflanze herausnehmen dann Amen. 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 So, irgendwelches Getier, Raupen und dergleichen kann ich keine finden. So, Millen, dergleichen kann ich nicht. Das war's für heute. An den Wurzeln kann man auch nicht viel erkennen, die sind zwar ziemlich dürftig, die äußeren sind ziemlich entwickelt, aber auch, meine ich, zu klein, in dem Mitten ist gar nichts. Jetzt gehe ich mal in den Komposthaufen und schauen mal, ob in der Wurzel was drin ist. So, ich habe jetzt mal die Wurzel sauber gemacht, die Erde rausgeklopft. Es ist kein Tier, kein Ei, keine Raupe drin. Hier in der Mitte hat es doch sehr wenig Wurzeln. Hier im Außenbereich sind es okay. Ich denke, dass die Pflanze von Haus aus schon ein bisschen geschwächelt hat. Die Blätter selber sind etwas dunkler, also ein dunkleres Grün als normal. Und ich habe auch noch jede Menge Hornspäne drinne gefunden. Kann halt so sein, dass die ein bisschen zu überdüngt worden ist. Es gibt auch noch Blüten hier in dem Bereich. Ob die was worden wären, das weiß ich nicht. Die Blüten, die oben waren, sind eingetrocknet und abgefallen. Ich würde sie trotzdem jetzt nicht auf den Kompost, sondern auf den Sondermüll schmeißen. Was ich euch noch zeigen wollte, die Erde in diesem Loch ist gleichmäßig feucht. Die Tröpfchenbewässerung macht einen guten Job. Gestern hatte ich die Artischocke noch zweimal mit dem Wassermilchgemisch eingesprüht. Und auf Nacht, wo es dunkel geworden ist, ein Ameisengießmittel rund um die Artischocken. Heute kaum noch eine Blattlast dran und gar keine Ameisen mehr. Ich halte zwar nicht viel von solchen Chemiesachen, aber Ameisen habe ich dieses Jahr sehr viel im Garten. Ob die kleine Pflanze davon überlebt, das weiß ich noch nicht. Ich habe wenig Erfahrungen mit Artischocken, aber ich lasse noch mal drin. Nachdem ich die Ananastomate aus dem Tomatenhaus rausgenommen habe, musste ich feststellen, dass die erste Tomate links komische Knoten und Windungen in ihren Blättern hat. Teilweise winden sich die Blätter um ihren eigenen Stiel. Bis mir dieses Blatt aufgefallen ist, was total zerfressen war. Und beim Schütteln der Pflanze fielen lauter kleine grüne Raupen auf den Boden. Im oberen Bereich verhält sie sich ganz normal. Darum ist mir das gar nicht gleich aufgefallen. Jetzt frage ich mich natürlich. Black Cherries habe ich draußen im Hof, im Freien, vier oder fünf Pflanzen stehen. Und die sind alle kerngesund. Ich habe mal nachgeschaut, was das für Raupen sind. Es sind auf jeden Fall Raupen von einem Nachtschwärmer. Wie der hier reinkommt, ist ganz einfach. Oben sind ungefähr unterm Dach zehn Zentimeter frei, damit die Hitze hier entweichen kann. Ich habe jetzt mal bei der Tomate die ganzen Raupen runtergeschüttelt, wo ich gefunden habe und zerdrückt. Gift möchte ich keins einsetzen. Es gibt ein Mittel, das wäre das Nehmöl. Das möchte ich aber auch erst hernehmen, wenn mehrere befallen sind. Bis jetzt ist mir aber noch nichts aufgefallen bei den anderen. Ich werde es aber noch mal nachkontrollieren. Jetzt wäre es ja so schön gewesen, aber auch dieses Jahr sind sie wieder da. Das ist der erste, den ich jetzt gefunden habe. Der Kartoffelkäfer. Gleich dem Garaus machen, weil wenn du ihn nicht bekämpfst, dann bekämpft er dich beziehungsweise deine Kartoffeln. Man muss halt immer aufpassen, weil wenn der merkt, dass man einen Kragen will, dann lässt er sie auf den Boden fallen. und dann wird es auch noch nicht verletzend, Dann würde er auch nicht verletzend. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020